Mein Name ist Teresa Schmelzer, ich bin Sportkoordinatorin am Borgwiener Neustadt und eine der zuständigen Lehrerinnen und Lehrer für die jährliche Eignungsprüfung für den Sportzweig, die in der Regel Ende Jänner des vorangehenden Schuljahres stattfindet. Den Termin dafür sowie den Termin für den dafür vorgesehenen Übungstag finden Sie auf unserer Homepage. Die Eignungsprüfung umfasst insgesamt zwölf Teststationen, bei denen die Kandidatinnen und Kandidaten ihr individuell Bestmögliches zeigen soll. Die Bewertung der Eignungsprüfung erfolgt über ein Punktesystem von 0 bis 100, wobei am Ende des Tages ein Punktedurchschnitt von mindestens 50 über alle Teststationen zu erreichen ist, um die Eignungsprüfung positiv zu bestehen. Die einzelnen Teststationen haben wir für Sie abgefilmt, die Videos sehen Sie jetzt im Anschluss und wir freuen uns als Kollegium sehr über die Anmeldungen Ihrer Kinder. Keine sowie immense Bewertung im Bereich Förderungsmedel Keine sowie Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.